Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video machen heute weiter mit dem Archonten Auftrag unheilvoller Pfad zwischen Kapitel zweiter Akt Licht am Ende des Tunnels geht zurück und trifft die zurückgebliebenen wie durch ein Wunder arbeiteten alle zusammen und schafften es in letzter Sekunde aus dem Untergrund zu entkommen Ja, schauen wir mal was Shinobu zu sagen hat Was ist mit Ito? Aber was es ist, ist es schlechte Wunder, nicht wahr? Wir haben den Fantastischen Kompass gefunden. Der vorherige Pfadler hat eine Nachricht in der Mitte und aus dem Blick, es ist wirklich kein Weg aus diesem Raum, nachher. Es scheint, dass der vorherige Pfadler hier auch noch nie ist. Schau! Das ist noch nicht vorbei. Hör auf mich. Ich habe gerade versucht, meine Macht zu dem Fantastischen Kompass, und es reagiert. Aber alles, was das gemacht hat, war aktivieren die Rekorde, als die Seale wurde. Genau. Aber das Problem war nicht mit dem Kompass, sondern mit dem Method. Wissen Sie, was das Buch sagt? Wenn die Mörder und die Adepte sind, man kann die Höhe und die Erde bewegen. Nur wenn ein Mörder und ein Adeptes kombinieren ihre Werte, kann der Fantastischen Kompass komplett aktiviert werden. Ich bin ein Mix von Menschen und Adeptes. Also, dass der Fantastischen Kompass mir reagiert, zeigt, dass das System noch funktioniert. Glück für uns. Wir haben auch einen vollen Adeptes und ein Mensch mit Training in den Magischen Arten. Interessant. Also, das, was durch deine Hände ging. Wir müssen Zhao und Yilan zusammenarbeiten. Also, ein Adeptes und ein Mensch müssen ihre Kraft gleichzeitig anzunehmen? Ja. Wenn meine Wahrheit richtig ist, dann, wenn beide euch ihr vollen Kraft in den Fantastischen Kompass legen, sollten wir es komplett reaktivieren, vielleicht sogar reaktivieren. Die letzte Mal, die Intersection zwischen diesem Ort und dem Kasm Wenn wir sie reaktivieren, dann sind wir frei. Dann sind wir frei. Super! Also, es gibt noch Hilfe? Das stimmt. Deine Idee scheint rechtlich. Okay. Well, let's all take a quick break. We'll give this thing a try, once we're ready. Oh, boy. Ich bin so nervös. Keine Angst, es wird funktionieren. Yilan, Zhao, wie schauen wir uns? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Oh, aber Yenfei, da ist eine Sache, du musst dich für mentalen vorbereiten. Hm? Ich bin sicher, dass du wahrscheinlich nicht den Fantastischen Kompass aus hierher kannst. Von dem ich kann, alles in diesem Domain ist ein Ergebnis von desordertes Spacetime und Erinnerungen. Wir alle kamen hier für verschiedene Worte. Und alles, was hier passiert ist, in response zu unseren eigenen Imaginationen und Konjunktur. Terrifying. Aber auch ein Miracle. Dieser Raum? Well, es ist mehr als nur ein Raum. Ob es hier ein bisschen höherer Macht gibt, ich weiß nicht, aber das ganze Zeit hat es uns überprüft und uns in Form von Illusionen gelesen. Auch, according der Geschichte des Chasm, sollte dieser Ort für ein sehr lange Zeit existieren. Was könnte es erschaffen haben? Ich erinnere mich, dass es außerhalb des Raums eine riesige Schlange das. Ja, ich war da auch. Hä? Warte einen Moment, war es du, der den Aero? Wer noch war das? Ähm, hängt das mit den Bodenrissen zusammen? Der Kristallgriff, die Schlange an, hängt das mit den... Ja. Dieser Zahn ist wahrscheinlich ein Remnant der Konrions-Zivilisation. Und Kristallen sind sehr effektiv gegen ihn. Vielleicht gab es eine Art von der von von der von von der von die von 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 die von 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 Ich weiß nicht, dass ich deine Familie nicht findest, aber wenn sie hier sind, ich bin sicher, dass sie nichts mehr wollen, als zu sehen, dass du dich zu retten, von diesem Ort zu retten. Ich muss sagen, es mich beeinträgt, wie wir alle hier zusammengekommen sind. Wenn es das ist, dann holen wir es in unsere Hand und um es um. Lass den Boss zu Ushi und mir. Wir sind bereit. In Ordnung. Oh! Oh! Aha! Der Fantastische Kompass ist ein Amplifizier. Maintain diese Energie-Level und wir müssen eine Chance haben. Ich werde die Energie-Level halten. Entstanden. Alle, zurück! Und zurück! Ich werde die Liege-Level halten. Als Yankshas. Wir müssen für diese Welt kämpfen. General Allatis! Wir freuen uns! Oh! Ich werde sie in den Mund sagen! Mit einem nur ein Problem geben! Dafür, ich werde sie im Verwangen. Ich werde sie im Verwangen. Ich werde sie zerreißen. Ich werde sie runterfahren. Watch out! This trip may be dangerous, yet you insist on going. I have guarded this place for several hundred years. Only to seek the nameless Yaksha. Do I request your approval? I don't know what to do. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 oh Paimon, wir haben noch etwas zu tun. Ja, es war nicht einfach für alle. Oh, ja, ist das richtig? Wow, okay, ich werde ihm wissen. Oh. Traveller, Flying Lavender Melon, Ushi has a couple words he'd like you to pass on for him. What? Gut. Gut. Heima, ich hätte nie gedacht, dass Ushi so leid und leidisch war. Sie ist niemals über seine Koffer, oder? Oh. Ah, manchmal können die wesentlichsten Wahrne auch einfach sein. Ich denke, Ushi's Wörter werden gut kommen. Ja, das stimmt. Lass es einfach für uns. Okay, Ito, Shinobu, Ushi? Let's go. Oh, yeah! Grub time! See you next time. Ciao. Wow. You're still here. I saw the two Inazumans leave with the Yenfei, heading towards Liue Harbour. Aren't you going with them? Wir haben noch ein paar Sachen, die wir zu sagen wollten. Hm, ich habe so viel gedacht. Ich habe den Ort gesehen. Nichts fällt mir aus der Ordnung. Es sieht aus, dass dieser Kapitel zu Ende ist. Jetzt, ich muss nur die Konfidentialität beschäftigen. Ich hoffe, dass unsere Freunde von Overseas von Overseas aufbauen können, für ihre eigenen Worte. Uh, wir haben es! Wir haben es! Wir werden sicher, dass sie nichts sagen können. Was ist das? Bitte, dass sie nicht wehren. Oh. Du hast mich herausgefunden, oder? Alles klar, ich werde dich aufbauen lassen. Jeder hat wirklich auf der Ebene geblieben. Ich werde nie vergessen, was wir durchgingen. Woher könnte dieser wunderschöne Raum kommen? Woher kommt sie? Und wie hat es existiert da unten, nicht so viele Jahre alt? Ich muss das noch weiterentwickeln. Ich habe das Gefühl, dass alles, was hinter dem Alltag liegt, ist tief. Vielleicht so tief, dass niemand zu wissen kann. Also, ich glaube, jemand hat uns geholfen. Ich glaube, jemand hat uns geholfen. Sie haben eine gute Arbeit, natürlich. Aber... Ich kann es nicht sagen, dass ich nichts über ihnen erzähle. Es muss sein, dass jemand von großartig ist. Ich bin noch nie. Bei allem, diese Fragen werden wir noch eine andere Zeit warten. Ich habe ein paar Follower-Arbeit zu machen und Informationen zu machen. Also, ich komme zurück in Liyue Harbor für mich. Bis zum nächsten Mal, wenn ich dich sehe. Tschüss, Yeiwan! Nun denn. Du wusstest, dass ich dich für dich erwartet habe? Ich dachte, das war ganz offensichtlich. Wirklich? Hm. Ich will irgendwo gehen. Wenn du Zeit hast, kannst du mich mit dabei sein. Wo ist es? Ein Ort, das mit den Yaksas zu tun hat. Wellen des Schreckens. Geht zu dem von Zhao erwähnten Ort. Oh. Okay, das ist angenehm. Direkt neben dem Teleportationspunkt. Ach, das ist doch hier der Tempel von... Ach, wie heißt der gleich wieder? Ihr wisst, was ich meine. Genau. Vielleicht kam ich hier, weil ich eine Realisierung hatte. Du meinst, als wir auf dem Boden waren? Worüber denkst du nach? Oh. Es ist schwer zu sagen. Versehen, Bosatius hat mir die falsche Impression, dass ich zurückgekehrt in der Vergangenheit. Du kannst dich auf dem Yaksas zu sagen. Du kannst dich auf dem Yaksas' Leben und nennen uns Valiant warriors. Veterans der Krieg. Aber... Die Wahrheit ist... Die Wahrheit ist... Wir sind Schlaufer und nichts mehr. Für Bosatius... Vielleicht zu sterben in der Halt einer großen Krieg, wäre keine Tragedie. Und vielleicht auch das gleiche ist für mich... Du solltest bereits wissen, dass das nicht wahr ist. Hm. Oh, ja. Ushi wollte uns zu erzählen. Es ist sehr wichtig. Ushi hat gesagt, dass er das Macht, um die Demen zu exerzieren. Also, die Leute benutzen ihn, um ihn zu fendern. Aber nachdem er mit Ito besitzt, hat er noch nie seine Seite verlassen. Er hat auch gesagt, dass er keine große Philosophie hat. Er denkt, dass wir unsere Leben über die Menschen, die uns glücklich machen. Vielleicht gibt es nicht so viele Regeln, wie wir oder nicht leben müssen in diesem Weltall. Es gibt immer jemanden, der zur Seite stehen kann. Ja. Wie Menschen mit Visionen. Sie haben mehr Resistenz gegen deine Macht, richtig? Und... 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 Anyway... Es gibt viele Menschen, die dich wirklich interessieren. Was ist das? Huh. Suddenly, du bist ein bisschen wie Bosasius und die anderen. Oh. Sie haben immer gesagt, wie sie lebten, wie sie leben in der Welt leben, als die Welt war in peace. Ich glaube, ich war der einzige, der nicht so denken. Die Bosasius, die in der Fantastik-Kompass verletzt, hat seine Sanität verloren. Er hat die Menschen, die вокруг ihm als Alatus, Minogius und andere. Sie sind die Namen der fünf Yaksas. Ich bin Alatus. Und Minogius ist General Kapisis. Die anderen sind Bonanus, oder General Chizapis. Und Indarius, oder General Musatis. Ich habe gehört, dass die Menschen die fünf von uns... Yaksas. Die Guardian Adepti. Huh. Die Bosasius und Yelon, die Ancestoren, standen unter dem Ende. Also, diese Raum muss sich über ihre Gelegenheiten in ihren letzten Momenten, als sie nach dem Todes. Yelon war richtig in alles, was sie sagte. Die beiden von unseren Vorstellungen hatten ihre Angelegenheiten. Und beide waren sensibliige Suggestions. Aber die Macht in diesem Raum war weit über uns. Ich konnte nicht alles tun, ohne alle Hilfe. Selbst in den letzten Momenten. Es hat mich immer mehr Macht, um zu frei von diesem Ort. Also, Heiman glaubt, dass du toll bist. Yenfei und Yelon sind korrekt. Ich bin immer bereit für das Schlimmste-Szenario. Diese Mindset ist tief in mich. Auch so. Es war die optimistische Lösung, die ich von mir gedacht habe. Wenn Rex Lapis mich in diesem Moment entspricht, hätte ich nicht gedacht, dass ich es ausgehen könnte. Diese Kraft stammt wirklich von Zhongli. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen, um zu überleben. Vielleicht. Ich scheine es auch vage zu spüren. Es ist gut, dass eine andere Person ihn erinnern wird. Ich bin auch mit ihm. Menogeus. Wo hast du da? Bruder Yaksha. Du hast wieder gezwungen. Ich habe dir viele Mal gesagt, ich bin Booyang, ein Thaumatur, der mit dir in der Chasm kämpft. Booyang? Booyang? Du bist Booyang, aber wer bin ich? Ich glaube, ich möchte so viel wissen, wie du bist. Hier sind wir, die zwei, die hier zusammengekommen sind, und ich kann dich nicht nennen, mit deinem Namen. Es ist ein Schade. Bleib hier. Nein, nein, du musst du weg. Nichts, Bruder Yaksha. Wir sind hier für gut, jetzt. Nichts, du weißt? Es ist zu früh, dass wir die Regisse haben. Die Schade kann nicht so broken werden. Die Schade? Oh, ja. Ich bin ein Yaksha, der hier kam, um zu kämpfen. Bruder, Bruder, bist du okay? Look at the state of me. I don't think I've got long now. We're the only two left. Don't go dying on me. You know, today I saw my family down here. Clear as day. What do you think? Am I losing my mind now, too? Hmm. Booyang, Do you want to go home? I made my decision to leave Zhong Zhao up on the surface. I obviously... Of course, I want to go home. I must have family, too. You mean brothers and sisters? I'm sure you do. Brothers and sisters. Brothers. Yes. But who am I? Where is my family? Brother! What's wrong? Hang in there. It's just you and me, don't... Don't die before me. Alatus. Is that you? Who's Alatus? Your memory's going again. I'm sorry. You all have to see me in this state. Brother! Brother! Look. There's someone over there. Who are they? They're... They're my... My... I remember not. Now, I know you. My brothers and sisters have come for me. Wei-Hong. You're... You're awake. At least... At least tell me your name. Brother! Brother Bosatius. Hey, Bosatius. 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 I... I am Bosatius. And my destiny... Is to make... The ultimate sacrifice. I've said so much today, but I don't need to hold back as much when I talk to you. Have you ever had a moment where you felt like you were aware of your destiny? The potential of life. The approach of death. Whatever it might have been. By now... I have accepted that destiny is the one disaster that the Yaksha know most keenly of all. We are destined to misery. And yet... We have no fear. How? Is it in order that she me that says? It matters not. Rex Lapis had said that you are a witness. It is right that the events of the world are relayed to you. Bonanis, Minogius, and Indarius all perished. And only Bosatius' fate was unknown. This has always stung my heart like a thorn. That is why I went to the chasm, despite being fully aware of the danger. Now that I know what happened in the chasm back then, I can finally put this matter to rest. Before we left that place, I picked up a stone. I thought if I could take it out with me, I would place it in the temple to Privacy's in memory of Bosatius. Unfortunately, the stone did not survive. Privacy's died in the Archon War thousands of years ago. He was younger than us. And Bosatius was very sad when he passed. Too many Yoksha's have become casualties of battle. We are like a flock of birds, scattered to the four corners of the world. And in the end, as Bonanis said, it's rare for a Yoksha to find repose for their soul. Bosatius, Bojang, and all those soldiers. Sag, dass es nicht jeder ist ein Held. Heroes. I like that word. Maybe the world will never be free of disaster. But there is good in the world too. Even the darkest hearts have room for those they cherish. I accept your advice. From this day on. Heroes will always look out for each other. And then, I'll see you next time. And then, I'll see you next time. dafür ausgerichtet und ja hier steht jetzt ja auch noch ein bisschen rum ich bedanke mich auf jeden fall richtig herzlich fürs zusehen mit mich selber ein Like, Kommentar, Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder, bis dahin haut rein, tschau tschau